Georgie! Georgie, komm hier! Hier ist our board, Georgie! Ah, yes, I see, darling. Hach! Wallerlei, welcher meine Liebe! Ich hab mich schon gewundert, wo Sie sind. Ist das nicht auch im Regen? Sie sehen ja unwohl aus. Ziemlich gut. Ach, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Diesen Spaß erlaubt sich Käpt'n Lohmann jedes Mal mit uns. Wo waren Sie übrigens nach meinem Konzert? Ich hab Sie richtig vermisst, Annelie. Oder hat es Ihnen am Ende vielleicht gar nicht gefallen? Da! Seien Sie ehrlich! Ja, oder? Komm wohl auf! Tati! Tati, komm hier! Tati! Hier stand! Fräulein Leibbecher, bitte begeben Sie sich zu Ihrem Boot! Ja, aber welches ist denn mein Boot? Kabin Nummer 110, gleich das nächste, bitte! Gehen Sie bitte geordnet und zügig zu Ihrem Boot! Bitte rennen Sie nicht! Paul! Wo warst du? Ich hab dich überall gesucht. So? Was ist los mit dir? Wieso? Es geht dir nicht gut, das sehe ich doch. Weshalb trägst du endlich keinen Schnauzbart? Was? Wie kommst du denn darauf? Los so! Also schön, ich verrate dir ein Geheimnis. Weil ich mit Schnauzbart aussehe wie ein abgehalfterter jüdischer Oberlehrer aus der Provinz. Was?